Ja, es ist wieder soweit. Das zweite Battle of Cytoxion Turnier steht vor der Türe. Diesen Sonntag um 18 Uhr startet wieder das Cytoxion Turnier, was ich wieder live auf Twitch übertragen werde. Das kann natürlich jeder gerne mitmachen, der Lust hat. Gespielt wird Battle of Cytoxion Classic 2 gegen 2, auf Services 2 Maps und Fix 2 Maps. Generell wird ein Best of 3 gespielt und ab dem Halbfinale Finale ein Best of 5 und ein Best of 7. So, also jetzt zur Erklärung, wie könnt ihr mitmachen? Geht schon mal in der Beschreibung, den wunderbaren Discord, Cytoxion Verdus Turnier. Kommt es dann an bei Willkommen. Wenn ihr euch anmelden wollt, geht es in den Channel Anmeldung und meldet es euch dort an. Dort seht ihr einen Text, wie ihr das machen könnt. Das macht ihr so, indem ihr euer Teamnamen schreibt, dann den ersten Teamnamen bzw. Ingame-Namen und den zweiten Ingame-Namen. So, Anmeldeschluss ist wie gesagt am Samstag um 20 Uhr, 6-15 Stunden nach dem Anmeldeschluss, gibt es dann eine Auslosung, der gegen wen spielt und dann durch euren Spielplan. So, nach der Anmeldung dreht es euch dann bitte unbedingt die Regeln durch. Im Regel-Channel seht ihr dann die offiziellen Regeln, die ihr hier sehen könnt. Und zwar, Spielregel Nummer 1, Spaß steht natürlich an erster Stelle, ist ein absolutes Spaß-Turnier. Das heißt, es gibt leider auch kein, oder zum Glück kein Preisgeld, ich bin jetzt einmal nur zum Spaß. Wieder das letzte Turnier. Sonst gelten die allgemeinen Cytoxion-Regeln und so weiter. Steht dann alles da drinnen. Wird unbedingt durchlesen und dann darauf achten. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Channel. Das ist der Informations-Channel. Dort kommt die ganze Ankündigung. Hier wird euch alles nochmal genauer erklärt. Hier steht dann drinnen. So, das Cytoxion-Turnier findet am 6.3. um 18 Uhr statt, das am Sonntag. Gespielt wird Battles 2 gegen 2. Survipy Cytoxion.de, Version 1.16 bis 1.18. Alle Spieler sollten 20 bis 30 Minuten vor Start des Turniers online auf Cytoxion.de sein. Treff von Battles Lobby 1. Damit wir einfach schon Starter sind, um beweglich um 18 Uhr starten zu können. So, die Turnierregeln findet im Channel Hashtag Regeln. Und so weiter. So, jetzt kommen wir zu den Maps, die gespielt werden. Die Maps werden gespielt. Kompass, Rubik, Kien und Trucks. Die ersten Maps im Best-of-3. Bis zum Halbfinale wird immer nur Kompass, Kompass, Kompass gespielt. Das heißt, die erste Runde Kompass, dann die zweite Runde Kompass. Wenn das noch nicht genügt, also wenn ein Team 1 gegen 1. Jeder hat einmal gewonnen von diesen Teams. Dann kommt das dritte Spiel, also im Best-of-3. Dann kann man 2-1 gewinnen und kommt dann weiter. Bis zum Halbfinale kommt dann Best-of-5. Und ab dem Finale im Best-of-7. Das ist jetzt also, wie gesagt, die Maps. Das Turniersystem ist immer so, dass es ein K.O.-System ist. So wie nach dem Fußball an der Gruppenphase, dass man einfach sagt, joa, 16. Finale, Achtelfinale, Mittelfinale, Halbfinale, Finale und so weiter. Best-of-3. Und ja, ist ein bisschen ein spontanes Turnier, aber ich finde, es ist jetzt die beste Zeit, weil das BERTUS-Update gerade gekommen ist. Ist es, finde ich, jetzt die beste Zeit beim BERTUS-Turnier veranstalten. Deswegen machen wir das jetzt spontan, diesen Sonntag. Bin sehr gespannt. Das kann, wie gesagt, jeder mitmachen. Falls ihr Fragen habt, wo du irgendwas anregen wolltest, schreibt es gerne in die Kommentare oder im Discord-Infragen-Channel. Und ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Und man sieht sich dann eventuell im BERTUS-Turnier. Wenn mir das inifen lecture noite äh und so weiter. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.